Komm, häng dich an. Häng dich an. So, wie willst du? Drei Minuten und das Spiel ist alledig. Ja, du hättest das kaum, wie blöd die Spielen. Das geht doch keine Kuhhau. Doch, 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 das geht. Ja, sehr schön. Nein, ich wollte jetzt den Fuß da einhängen. Die Fuß da einhängen? Nein? Also, wie werden kleine Raumschiffe gemacht? Größe nicht? Genau. Kannst du haben? Für was? Nichts? Ja, was heißt das? Da hab ich Donnerheim. Ich komm dann jetzt schlecht. Also ich hab schon weiter... Meine Freunde haben das ja schon mal. Vielleicht kannst du es gegen ein anderes Gebäude schieben. Und das dann mitflippen oder so. Das ist aber auch nicht scheiße. Sowieso. Ich kann jetzt das Schiff da so rausdrehen. Uh, das ist ja eine interessante Stellung. Hey, 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 hey. Ein schwerer Durchbruchspanzer. Schlagabtausch und Schadenabwehr. Ich muss mal weg. Hab ich dich gerufen? Ne, noch nicht. Aber du hast es wieder hingestellt. Ne, 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 ich hab versucht. Doch, doch. Es steht wieder. Es ist richtig rum. Du hast es hingekriegt. Okay. Du hast ja auch wirklich geschmutzig an. Er steht wieder. Er steht wieder. Er steht wieder. Er steht wieder. Schau doch mal. Hey, wie hast du gut gemacht? Schau doch mal. Er steht wieder. Ja, er steht wieder. Äh. Ob der Gctory noch fliegt? Das ist ja alle, das... Das ist ja alle, das... Naja, gut, das können wir jetzt ... das müssen jetzt noch prüfen, aber... Ah ah ah. Aber jetzt schauen wir hier, wie viele kleine Schiffe da rausmachen. Pass auf, du hast dein Landinggear nicht draußen, ne? Echt? Ja. Nicht, dass du hier gleich explodierst und alles mitbekommst. Genau. Nee, dann hätten wir auch unseren Spaß, genau. Okay, versuchen wir mal, ob wir da wieder einsteigen können in das Ding. Ich glaube, ich habe die Türe gerade eingetreten. In der Tat, das eine Landinggear, das sieht auch sehr ungesund aus. Ja, ich komme wieder rein. Jetzt geht es wieder los. Die beiden Pakete sind auch noch da, ist das nicht schön. Ja, kommt wieder rein. Mensch. Okay, ich gehe mal das andere Paket holen und dann versuche ich mal die Mühle zu starten. Hey, 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 hey.